so minimis sind entfernt worden immer wieder ein kuchen essen hast du noch das meint das die leid dass das cent ja wahrscheinlich ist gut lapis ich sehe es von hier aber ich muss eben was machen ich muss ein paar kreis aktivieren au re finder und im wagen müssen auch noch haben dann die lorium engels brauchen wir auch in 60 stück noch mal paar dinge weg bringen nein dass die leiter gerade drinnen biosphäre na ja passt jetzt alter wenn du den lapis natürlich einiges ist die frage bauen wir mit dem eisen erst eine alchemie fabrik damit unendlich zeug haben was uns dass wir die spikes machen werden nicht wahrscheinlich ich guck mal ganz ja eben die spy kosten drei schwerter ein blog und drei eisen ingots na also das ist teuer wetter sind gut wenn wir es nicht fackeln sitzen hier ich habe noch 16 stück mit jagen muss aber ich glaube wenn wir die loswerden blöcke aufschlagen dann kriegen wir das auch schon hin ich habe doch fucking dabei gerade hallo meine frage ist ist hier unten irgendwo was wieder versteckt sicher das werden niemals umsonst zu groß mama das ist so geil mit dem ausrüsten du wirst so verdammt stark dadurch na und ihr könnt ihr nicht durch ha ha ihr müsst da vorne bleiben was aber jetzt schreck ich mich dass sie durch können ha 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 unten ist auch so ein komisches labyrinth mit ja siehst du war fast klar wo die immer fest hängen ganzen hast du explosions ausgeschaltet ja ne das ist automatisch ausgeschaltet anscheinend ok ja dann ja dann ich bin runtergefallen oh dance-oar ha ha alter der ist das die ganze zeit was der alle äh das alle skelett hier ach nee ganz am rumballern gewesen wochen gold ha ha hab mir nicht geflogen ha ha oh ich muss aufpassen hilfe mama junge ist klar bringen sie doch noch mit tschüss hab grad nix zu essen äh geh kuchen essen weil du nimmst ja so trotzdem einen schaden was hast du gesagt was müssen wir bauen charge ne was war das für ein pet äh kapita bank kapita bank kapita bank kannst du ja deine sachen aufladen ja gut er braucht oh nö du weißt das ist hier äh der schwierige mod mit drauf ne das ist eigentlich nur endaio äh ok wir brauchen wir brauchen gold ok das brauchen wir definitiv nein die double layer ne die kosten iron oxide bei kapita ja die fünf millionen die eine millione ist günstig die fünf millionen ist nicht günstig welche hast du denn angeklickt gefogelt die basic ne ich hab die äh die fünf millionen bank angeklickt die normale kapita bank und es gibt ja auch nicht basic basic reicht erst mal ja aber guck mal wenn du auf die andere klickst und dann auf die double layer die sind teuer ja aber die basic reicht ja erst mal ja die müssen wir erstmal gold haben gold gold deswegen sonst hätte ich ja nichts gesagt aber die rechnen so oder so jetzt mal äh da ist mal aufräumen ja und ich schmeiß erst mal in hier von kartoffeln rein ich hab nicht mehr richtig was zu essen ja ja ich nehm die hälfte nimmst du die hälfte dann haben wir wieder 64 stick kartoffeln müssen unten ein Feld anbauen war schon ne gute idee voran zu schließen da ne aber wir müssen unten das Feld anbauen weil wir generell nicht immer die gleiche aufhaben dass wir das eigentlich so feld mäßig alles da drüben unten aufbauen ja das alles von da hinten weg holen ja und wenn wir weg sind dann lassen wir einfach den server der server läuft ja und dann tun wir einfach die biosphäre wieder rein dass die weiterlaufen kann ich glaub die müsste ja weiterlaufen ey ja was denn und müsste denn schon welche raus da rum ich hab Hunger ich hab die hälfte rausgenommen das waren keine 32 glaub ich äh doch du hast mehr genommen du hast mehr genommen und mir wieder 3 wiedergegeben ja ich hab das genau gesehen ich hätte mehr genommen dann hab ich dir ja von den 32 die ich nur nehme wiedergegeben ja ja da ist es nämlich auch du hast nämlich mehr genommen du hallung du hallung du aber viel schrott da wieder rauskommen ne Moment wir könnten Kabel oh wir müssen die Alchemie Station bauen weißt du warum warum wir können den Cobblestone den wir finden den können wir kaputt machen und dann gibt es prozentualen Schocks aus den Cobblestone äh Iron und der ganzen Zeit rauszubekommen war das ganz gut aber dafür brauch ich mal Gold 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 brauchen wir sowieso damit wir das Pad bauen können ich geh mal weiter nach unten Autsch vielleicht finden wir irgendwo Gold ich geh grad noch weiter runter und fackeln okay fackeln 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 ich kann den Magnet wieder anmachen na ja ich hab den Magnet einfach mal aufgeladen nicht schnell ja Skelett ich hab dich gesehen jetzt gibt's Maul hier sind echt Iron Buns hier Aluminium Busch ist unter oh die können wir ruhig nehmen ja die baue ich grad schon ab Gold Windforst ein Level Up Gold das Gold? okay das brauchen wir definitiv hier ist irgendwo auf jeden Fall was versteckt na sicher oh fuck es geht nämlich noch weiter runter grad als ich schon bin mhm jo ich hack schon mal eben die Kiste kaputt wenn ich sie kaputt krieg na ne ich tu doch mal ne Fackel drauf ich kann die nicht abpacken alles weiter uuuuuh Emeralds yeah ne Kiste ich hab auf eine Kiste schon ne Fackel drauf gepackt ne nicht wundern ja hab ich mitbekommen mhm Mädchen oh ne Hexe ne Hexe lauf Autsch vergiftet sterb du stirbst ganz schnell essen ganz schnell essen weil wir im Hardcommodus sind das ist das ja wir würden verlieren erstmal Leben nur irgendein wenn du nachher kein Leben mehr hast ne ziehst du meine mit ab das ist nicht gut ach bei dir ist das doch egal ne 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 warum hab ich noch kein Gold gefunden oh spinnenerf nicht wow das war knapp eben mit dem Creeper hi zombie zombie kannst du mich mal bitte da durch lassen ich brauch das Gold die ganz große Goldader hier äh noch in Lavendel wohl von hi Centos äh bin ich auch hier hi ich hab den Weg hochgegraben hier ist nämlich auch die Goldader mhm was haben wir denn da schönes was haben wir denn da schönes gefunden ich weiß jetzt auf jeden Fall dass ich gleich hochgehe und eben pulver weise oder eben crafte damit wir eine Bank haben damit wir Strom produzieren können also die Frage machen wir erst ne kleine Produktion mit Strom weil den Reaktor wollte ich noch nicht stark anschließen ja ne kleine reicht erstmal wow hier ist auch wieder alles voller Viecher ähm hier ist nämlich auch wieder ähm Dance Dance Dings der Boomstone so mhm ich hab glaub ich alles was ich brauch ich nehm noch ein bisschen Redstone mit das fehlt mir boah ey wie das ist bald alles so witzig haben wir noch was brauch ich denn sonst noch was geil ist ich hab kein Platz mehr alles fliegt um mich um mich rum hab ich alles dann schmeißt du irgendwas weg oder tu was wieder in die Kiste rein ja ich bin hier unten grad irgendwo oder schmeißt paar Cobblestones weg irgendwo bin ich grad außerdem ist das Müll was um mir rumfliegt hier ist nämlich ME-Controller ja oh und äh das ist der Ground ok Mervil Anker ne ich will hier nicht bleiben ein Travel Anchor ja warum wohl ja warum ist hier wohl ein Travel Anchor ne hier äh wo ich grad unten bin keine Ahnung ja Travel Anchor keine Ahnung um da wieder runter zu kommen weil hier auf jeden Fall irgendwas sein muss ok ok weißt was ich kam nach oben hehehe von dem Ding aus ja von dem Ding aus von welchem ganz unten ist oder fast ganz unten ist das hast du von dem Häuschen Weg gegraben hä? du warst doch nicht im kleinen Häuschen genau ja ja und wo muss ich dann da hin ah ok ist ME-Ding ja und hier ist das ME-Ding wo muss ich dann hin ach da ich seh den ah der ist versteckt der Wichser kommen wir denn wieder auch jao wie hey welches ist das denn hehehe ok das ist dieser der Kälter Dings der Wumster was vorher nicht funktioniert hat was er schon angezeigt hat aber nicht funktioniert hat weil der Raum nicht auf war deswegen deswegen ja das heißt da oben ist ok das heißt wir können unendlich farmen ja von hier unten aus schon hehehe aber ey was muss sie doch trotzdem noch sein bestimmt Ectoplasma Lapis ich tu erstmal Polo Wizen hm mach du mal dass du erstmal ein bisschen was Zeug kriegen knüppelt mal durch bräuchte jetzt irgendwo noch ne Kiste ah die stehen echt ein bisschen wow gibt's nur schon hehehe na sicher warum nicht ist doch schön ist doch gemütlich ist doch wunderbar das ist doch alles schön das war ja aber wieder klar nee ich wollte schon sagen oder lüge liefert der ME-Controller Strom deswegen aber kann ja nicht sein wow Zombie fick dich hast du deine Familie wo sind die ganzen Energy Pipes ich hab die immer weggepackt also also nicht musst du mal gucken ich hab keine die muss ich mal gucken in irgendeine Kiste müssten die drin sein eigentlich und dann pack ich die immer in die alte Kiste wieder zurück damit ich die auf jeden Fall finde ne ich pack die einmal da zurück ne oh oh Salt Batinium komplettes Fass hab ich mal was ist das denn gefunden hatte ich bekommen weil ich hab welche im Momentar das sind 29 Stücke aber wo sind die Restlingen gelandet was die Restlingen Pipes ich hab nur 29 Stücke im Momentar die hab ich die ganze Zeit schon ich hab keine ne ich hab die die 29 Stücke die hab ich jetzt reingelegt ach da sinds ja hier in der Kiste in der linken ja das ist immer so verbet dass man das nicht ganz weiß und so jetzt kriegst du ach so jetzt kriegt der Ding glaub ich kein Strom mehr hier ne oh ne das Ding hat kein Strom mehr kommst du das grad nach oben raus oder was ne aber ich pumpt das hier rein nein ich meinte hier was denn das kommt aus den Cells ja klar sicher warum nicht ich wollte eigentlich noch hinten was machen ich werde glaub den Strom nach vorne hinlegen und mach hinten noch ein Trichter dran oder irgendwas aber ich glaub wir haben kein Trichter so und hier den äh warte mal du hast kein Magnet dann ne doch mach mal bitte äh hast du Inventar Platz ich hab den ausgemacht für Magnet ja dann geh mal bitte weg oder das ganze Ding auseinander ja das muss hier weg ich brauch die Chest ach so Labendier wohl ne das ist fertig die Quest ok vorsicht 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 ja wow du Penner ich sag vorsicht ja ich war wenigstens sozial und hab vorsicht gesagt vorsicht jetzt bin ich direkt da gelandet wo ich grad gar nicht hin wollte sooo das kann man nämlich das soll ich da vorne entlang legen und hinten könnte man nämlich noch was anschließen irgendwelche Kisten oder irgendwelche Pipes wir haben doch Pipes wir haben doch Pipes immer noch ne Kiste ja so ist mein Name guck mal warte mach gleich Cookie Cookie ich hab ja eben eine ich hab ja eben eine äh extra es gab's ja eben noch so ne Disc warte insert äh so so doch wieder alles voller Monster nett frag mich boah hier ist auch wieder alles dunkel ne rechte nein natürlich keine fucking dabei mmm drei Stück noch hahaha ausgewichen die Miner stelei wo ich ähm keine Ahnung hinten in die Skykiste wo die hä warum unten hallo unten in die Kisten bitten alles damit wir direkt sortieren damit wir direkt reinpacken können wieder wenn wir sie brauchen äh fick dich nicht fick dich das ist so da suchst du sonst diese ganzen Festplatten durcheinander da ich hab kein Bock drauf ich mach mich doch nicht irre wo sind wir denn du bist irre 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 ja ein irre bist du ein irre ok ich bin der meins Gold und Eisen kriegen wir das Pulver da dann brauchen wir noch eisening gotts mit was torches haben wir irgendwo noch sicher klar klar irgendwo sind torches äh zack so ich hab welche Endung mit da voll übersehen ich hab keine mehr das voll übersehen und schon wieder ein Herzkanister mehr und schon wieder ein Herzkanister mehr so jetzt können wir das Eisen braten und das Copper und dann mach ich das nämlich schon mal fertig dann mach ich das nämlich schon mal fertig ja ist halt so Peniskopf au leh 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 was was es hat geleckt du hast gerade geleckt es leckt es leckt ich hab drei Stunden Aufnahmen wir können eigentlich einen Cut machen wäre sinnvoll ja machen wir gleich machen wir gleich machen wir gleich vier Stunden später Dein Moment dann bastel ich halt noch bitte was ist das hier für ein Baum durch hier geht es noch weiter runter so komischen Barren brauche ich jetzt noch was ist das weiß ich nicht Ananas da unten ist Lava Autsch wo warum auch wohl ach du scheiße Curse erst ciao ha 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 ihr habt 8 Leben sind also echt Curse erst unten ach so ja ich kann mich ja noch nicht porten Curse ja das oh man ey wir'll jetzt einfach mal mal Bett bauern chance ecum jetzt kannst du 1 Minütchen warten jetzt mach ich nämlich noch die 7 hanetto da haben wir nämlich für nächstes mal die 7 Hans geklöp clock und das kommt davon wenn man den ganzen Tag portet ne So, die Strombank, die erfüllt ihren Job. Ich fliege auch raus. Fertig? Oh, mein Minecraft hat sie auch geschlossen. Ja, sicher. Ja, na gut, Leute, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Minecraft Material Energy. Ja, mit die Flash. Tschüss, Centos, bis zum nächsten Mal.